Hallo und willkommen bei der Firma Graf von Hamburg. Heute geht es um das Thema mit der Fahrzeugbeleuchtung. In dem Fall haben wir einen BMW 3er, aber das Video kann für viele verschiedene Fahrzeuge angewendet werden, denn das Prinzip ist bei allen sehr ähnlich. Viele Probleme der Fahrzeuge können wir aus der Ferne lösen. Dabei schicken wir euch so ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Internetzugang und Windows und wir können uns auf das Fahrzeug zugreifen, bestimmte Sachen kodieren, Probleme beseitigen, Updates durchführen, Diagnosen durchführen und euch auch eine Handlungsempfehlung aussprechen. Das Problem mit der Beleuchtung können wir leider aus der Ferne nicht lösen. Dafür müsst ihr uns das Steuergerät zuschicken. Bei diesem Steuergerät oder bei dem Fahrzeug mit der Problematik mit der Beleuchtung gibt es verschiedene Probleme. Es gibt ein Problem, was sich in der Software beinhaltet, es gibt aber auch Hardwareprobleme. Für jedes der Probleme haben wir eine Lösung. Bei dem 3er BMW zum Beispiel oder bei vielen verschiedenen sitzt das Steuergerät im Fahrerfußraum. Das heißt in dem Bereich hier. Das heißt das Steuergerät ist relativ einfach auszubauen. Ihr baut die Abdeckung unten ab, dann die Abdeckung bei der A-Säule und dieses Steuergerät ist mit zwei Schrauben befestigt. Das Steuergerät schickt ihr uns zu und wir haben die Möglichkeit das Steuergerät instand zu setzen. Wenn es softwaremäßig nicht möglich ist instand zu setzen, dann haben wir die Möglichkeit euch entweder ein gebrauchtes oder ein neues Steuergerät zuzuschicken, dass ihr das einfach einbaut und es funktioniert. Das heißt ihr bekommt in jedem Fall eine Lösung. Das Problem ist, wenn man das Steuergerät neu bei BMW kauft, dann hat man die Problematik, damit dieses Steuergerät programmiert werden kann, muss BMW das gesamte Fahrzeug, also alle Steuergeräte des Fahrzeugs komplett programmieren. Und das ist halt eine gefährliche Angelegenheit. Denn jede Steuergerät, wie zum Beispiel Navigationssystem, Motorsteuergerät, ABR-Steuerkosten sehr viel Geld und das Risiko, das einzugehen, die einzelnen Steuergerät zu programmieren, macht keinen Sinn. Denn die Niederlassungen oder Vertragspartner haften nicht bei dem Update für die Steuergerät des Fahrzeugs. Können die auch nicht, denn die Steuergerät sind fünf oder zehn Jahre alt und über die Jahre können die Speicher kaputt gehen. Wir haben die Möglichkeit, das eine einzige Steuergerät zu kodieren, zu updaten oder halt zu reparieren. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, zum Beispiel das Steuergerät zu reparieren, dann bekommt ihr ein Austauschsteuergerät, was wir hier vor Ort für euch programmieren. Ihr baut das ein und das war's. Egal für welche Lösung, für jedes Problem finden wir auch eine Lösung. Das heißt, wenn ihr an sowas Interesse habt, schreibt uns am besten eine E-Mail mit ein paar Daten, Fahrzeug, Modell, Baujahr und was für ein Problem ihr habt. Und wir werden für jedes Problem eine Lösung finden, die in jedem Fall auch günstiger ist als die Lösung bei BMW und auch ungefährlicher. Ihr kriegt in jedem Fall eine Garantie, wie bei einem Steuergerät von BMW selber, nur ihr habt da im Endeffekt kein Risiko. Wenn ihr an sowas Interesse habt, dann meldet euch am besten per E-Mail und dann werden wir euch helfen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.